Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Seven Days to Die, Glocki und Smitty, Smitty und Glocki. Hallo. Ja gut, ich habe jetzt schon ein bisschen was geschafft. Smitty klopft Ressourcen wie ein Blöder. Und ja, ich hatte eigentlich auch schon mal aufgenommen, wie ich hier die schöne Mauer gemauert habe und hier nochmal 300 Spikes gesetzt habe. Leider wollte dann die Aufnahmen nicht so wie ich. Wir können uns das jetzt nochmal angucken. Ich fühle mich schon ein bisschen sicherer. Echt? Ja, mittlerweile tatsächlich schon. Bist du dir gleich mal gerne angucken, wenn du wieder nach Hause kommst. Ich bin auf dem Weg. Deine Abbrechen, meine Ressourcen-Sammeltur, weil ich habe großen Hunger. Ah ja, na klar. Gleich erst mal unsere ganzen Ressourcen plündern. Das ist dir hoffentlich bewusst. Ich hungere eigentlich schon, meine Gesundheit geht schon runter. Oh. Okay, dann wird es auch Zeit. Aber ich kenne nichts. So, ein paar Minen liegen hier noch. Ich werde gleich nochmal in der Nacht nochmal ordentlich welche bauen. Damit wir hier alles noch ein bisschen abminen können. Und dann finde ich es schon ganz kuschelig fürs Erste. Anständig Munition bekommen. Obwohl munitionstechnisch alles, was wir gelootet haben, haben wir ja eigentlich noch da. Von der 7,62. Wir hatten ja bis jetzt sogar keine Waffen. Nee. Vielleicht ein bisschen Schrote oder so. Ja, Schrote müssen wir vielleicht ein bisschen hier schlafen. Aber hier ist noch eine Menge Zement in der Bauschule. Hier haben wir komplett liegen lassen. Den ganzen Zement. Komplett den ganzen. Ist ja auch ein Ding. Reicht hier. Erst mal unser Loch springen und erst mal alles wegholen. So. Ich dachte, du sollst dir mal was zu essen vorbeibringen. Nee, nee. Ich bin ja im Dörflein nebenan. So. Ich mache mal hier die schönen Bonbon. Bonbon-Dosen. Schießpulver. Nägel. Oh, Klebeband. Ihhh. Oh, ich brauche auch eine ganze Menge Kleber. Und eine ganze Menge Kleber. Dann muss ich auch. Aber wir haben eine ganze Menge Knochen. Und ich meine, wir haben ordentliches Kleber. Also zum Herstellen sollte es eigentlich kein Problem sein. Das Stockfesten haben wir auch hier noch. Wollte ich jetzt nicht so dramatisch sein. Ich kann Kleber auch super Maiskolben herstellen. So müssen wir erstmal super Maiskolben haben. Haben wir nicht so. So. So Knochen und trübes Wasser. Alles klar. Da muss ich mal ein bisschen Kleber machen, fürchte ich. Wir haben nämlich hier in der Büchse nix. Wir haben doch Kleber. Sieben haben. Genau. Das ist schon mal. Sieben Klebern sind ja schon mal. Habe ich mal Motorrad geparkt? Boah, das heißt Knochen sollte man nicht vernachlässigen. Das Ganze. Da brauchen wir ja jede Menge. Da ist es dunkel. Ich bin auch bei der Baustelle. Bisschen dann los. Wenn ich schon mal hier bin, ich will nicht morgen schon wieder zur Baustelle wollen. Und eigentlich gibt es noch eine Menge Bruchssand. Das ist auch quasi ein Geschenk. Ja, das stimmt. Ja gut, dann übertreibe ich mal ein bisschen. Obwohl das dauert zu lange. Machen wir erstmal. Machen wir erstmal 50. Das dauert schon eine Weile. Feuer oder was? Medizin. Äh, Chemie. Äh, Chemie. 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 So. So. Du brauchst, ja, für die Waffen oder was? Klebeband? Äh, ja, für die Waffen brauche ich glaube ich sechs oder acht pro Stück. Hm. So, jetzt komme ich nach Hause. Auf dem Weg nehmen wir noch eine Krankenschwester mit auf die Hörner. Bopp. Oh, Nägel muss ich auch mal herstellen. Ja, da habe ich ja alle verbraucht für die Schilder. Ach ja, stimmt. Na gut, aber es ist aber jetzt wenigstens, wo was liegt, ist auch nicht verkehrt. Ähm. Nägel. Bin wieder zu Hause. Ach so, die meiner. Sehr gut. Ich wollte schon sagen, früher hat man sich gefreut, wie ich nach Hause gekommen bin. Du musst noch nichts sagen. Ja, ich habe mir doch einen sehr gut rausgequetscht. Ja, aber. Schon lange überlegt, sage ich jetzt was, sage ich nichts. Hast du schon mitgekriegt. So, dann schmeiße ich mal 2000 Steine an. Dafür hat es schon mal so Zement. Frühlaufen. Ja. Hier schmeiße ich mal 2000 davon rein. Ganzes Bleich schmeiße ich hier schon mal rein. Sehr gut, sehr gut. So. Hunger. Was solltet ihr jetzt wissen? Da willst du schon wieder Ressourcen und was bauen. Aber ich denke nicht mehr an, das Essen. Ja. Die haben auch keine Eier mehr, ne? Ja, Mann. Ne, Eier haben wir leider auch nicht mehr. Man muss irgendwie Dosen erstmal essen. Irgendwelche ist gut. Ich hätte wahrscheinlich den ganzen Bestand wegfuttern müssen hier. Wenn du mal Durst. Ah, so langsam geht es dir besser. Noch zwei Dosen Lachs hinterher. Junge, Junge, Junge. Schnell können wir das Zeug ja gar nicht ranschaffen, wie er es wegfrisst. Ne, man essen wir ja auch im Bereich von Mino 6000. Ich habe auch noch mal 1000 Euro und Holz mitgebracht. Ja. Ist das eigentlich auch ein billiger? Eins und eins. Wenn ich es in der Tasche baue. Oh, mir knurrt der Magen, weil du mir hier einen vorfrisst. Ich bin schon längst fertig mitessen. Das macht die Nachwirkung. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich bin fürs Erste erstmal essen. Ich werde mitessen. Für mich ist jetzt noch verrottendes Fleisch da, oder was? Er greift zu. Ein bisschen Kaffeepulver auflutschen. Nur 1000 Kohle. Da muss ich morgen nochmal los. Ist ja kaum was da. Ah, Schießpulver, noch 251. Nitrat haben wir. Nitrat haben wir 3000. Da muss ich ja Kohle holen. Ich habe zwei kleine Kohle-Häufchens gefunden. 18.000 haben wir an Geld. Das ist ja schon mal ganz ordentlich eigentlich, ne? Ja. Dafür, das wird es doch gar nicht... Ja, gut. Wir müssen halt auch immer ziemlich viel vorbereiten, wenn die Base erstmal einmal halbwegs steht und wir nur ausbessern müssen. Und dann geht es... Dann schwimmen wir auch wieder in Ressourcen. Können wir. Sollte es ja nicht so lange dauern eigentlich, die Base. Wenn wir Glück haben und wir sind richtig gut, sind richtig, richtig gut, schaffen wir ja zwei Seiten pro Woche, vor der Blumen und durch ist. Aber du wolltest jetzt erstmal hier Waffen bauen, oder was ist hier los? Ich will erstmal hier alles weglegen, was ich so habe. Dann kümmere ich mich erstmal wieder um, dass wir ein paar Betonblöcke kriegen. Und dann kümmere ich mich gerne nochmal um eine Waffe. Ah ja. So, Betonmischung. Was kann ich denn anstellen hier? Okay. Das hört sich gut an. Das machen wir. Pausen einer Betonmischung kann ich anstellen. Das ist doch schon mal was. Ich packe die anderen Steine mal mit dem Bruchssand oben im Betonblöcke. Das ist so weiter drin, ne? Ja. Ich habe jetzt 3000 Eisen aufgehoben. Braucht mir noch irgendwas, was du aus Roheisen herstellst? Ich weiß, ein, zwei Sachen brauchen wir Roheisen. Ich weiß gar nicht, was das war. Also ein bisschen was sollten wir nur aufheben, aber ein paar Hundert reichen. Okay, dann schmeiße ich nochmal. Dann habe ich 750 auf. Ja. Messing könnte, naja, geht eigentlich. Haben wir noch was? Nee, Messing haben wir alles durchgeschossen schon, ne? Ich glaube, das könnte schon durch sein. Ja. Durchschon. Blei ist ja noch. Ein bisschen machen wir in der Ressourcenkiste. Immer genug. Nahrung habe ich gerade mal 90 von 137. Du hast hier alles weggefuttert, das? Trotzdem, dass ich hier auch die Bude, die Haare vom Kopf gefressen habe. Das Blei kann ich gleich mehr durchschmelzen. Blei läuft gerade. Mal gucken, was morgen der Lootcrate sagt. Ja, ich grill mal hier ein bisschen normales Fleisch durch. Ach, scheiße, jetzt habe ich mich stoppfest. Ja. So, jetzt gucken wir doch mal. Die automatische Schrotpflanze hätte ich gerne. Wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Warum kann ich... Na, warum kann ich die Pumpkin jetzt nicht lernen? Wie? Nicht bauen. Nicht bauen. Obwohl ich Donnerbüchse habe ich auf Stufe 4. Aber ich brauche ernsthaft einen Bauplan jetzt dafür. Das ist doch scheiße, den habe ich doch gerade gelernt. Das konnte ich ja nicht ahnen. Ja. Hast du noch einen? Nee, das ist schon weg, ne? Der Händler hat unten einen, ne? Ja, ich... Ja. 800 oder 1600, was er kostet hat, ne? Da muss ich im sauren Apfel beißen. Ja. Konnte ich jetzt nicht ahnen. Das haben sie auch geändert. Vorher konnte ich die so bauen direkt. Ja, dann gibst du ja so erst den nächsten Morgen. Aber ich kann... Gewehr brauchst du ja nicht, so weiter, ne? Gewehr brauche ich nicht, habe ich. Das ist gut. Dann gucke ich mal nach dem Gewehr für mich. Ich kann aber, wenn du möchtest... ...den Sichtbereich-Mod herstellen für das Gewehr. Ähm, ja, klar. Vierer oder Achter? Beides ist möglich. Beides kann ich. Ich glaube, ne Vierer würde mir reichen. Gut. AK kann ich herstellen, komischerweise. Da ist die automatische Strohflinte. Also wenn wir die in dem Bauplan finden, da melde ich mich schon mal für an. Die wird heute auch umgehend gebaut. Dann renne ich draußen im Blutmund freiwillig rum. Ja, hört sich ganz gut an. Ja, komm, nehmen wir erstmal Stufe 2. Wenn nicht, kann ich hier später immer noch ein besseres bauen. Ja, mal 2 ist erstmal okay. Das reicht mir für die Mauer und die Blutmundverteidigung hier. Ja, okay. Ähm, warten, warten, warten. Ich muss jetzt vorbereiten hier. Das geht auch nicht. So, Clownhanger kannst du den bauen. Ah, nee, das war Eisenwerkzeuge komplett. Haben wir aber auch, ne? Den Bauplan für grilltes Fleisch und das kochte Fleisch würde ich gleich mitnehmen zum Verkaufen. Soll ich gleich zum Händler fahren. Ja. Mach mal ruhig. Achso, mal einen Schlafsack muss ich noch runterholen. Ähm, ich hab auch noch ein bisschen Schießpulver. Achso, da ist er noch mal nichts. So, guck dir das nette neue Gewehren. Hallo. Was ist das jetzt? Das ist das taktische Sturmgewehr. Oh ja. Das ist ja dann schon ein bisschen mal eine Kragenweite. Könnte ich mir auch gleich mal ein Stack Munition zum Ausprobieren. Ach, wo sind die Zombies? Ja, das wir hier auch sehen. Glaube ich dir, aber ich muss dich enttäuschen, das ist kein Zombie da. Muss ich das einfahren lassen, oder was? Sie wissen, wo es lang geht. Ich muss dann gleich umkippen. Kannst du es doch nicht ausprobieren, das Gewehr. Ne, ich dachte, ich kann vielleicht noch mal ein bisschen, ne? Kurz vorher, bevor der Blumen kommt, ähm, aber... Ist doch irgendwo eine Zombinette bestimmt. Das gibt's doch nicht. Hier die Straße runter in den Dorf war eine Krankenschwester. Mehr war nicht. So. Ne, ne, die sind alle beschäftigt. Die treffen sich für den Blutmohn schon mal. Ich würde sagen, halt bestimmt noch mal so eine Versammlung gehabt. Oh Gott, Tag 14 ist ja auch schon. Naja, in, äh, 20 Stunden geht's los. Ich sag dir, ich leg jetzt schon mal Minen, ne? Ups. Leg sie bitte nicht zwischen den Fahrrädern, ansonsten weiß ich Bescheid. Zwischen den Fahrrädern nicht, ne, unbedingt, aber... Sonst eigentlich schon mal überall drumherum. Außer beim Aufgang bei uns. Ne, schade. Wird mir der Spaß noch ein bisschen verwehrt. Naja, das kommt schon noch. Ja, das kommt definitiv. Gut. Hier vorne, die, hast du dieses alles repariert, die ganze Mauer? Nee. Warum nicht? Die Stellen, die sich schon angeschlagen haben. Betonmischung verbrauchen. Da oben noch was drin, Betonmischer. Selbstverständlich. Und es laufen auch noch, äh, achten und durch. Darfst du dir ruhig was nehmen. Da freue ich mich. Was sag ich mit diesem Hammer jetzt? Haben wir das schon mal ausprobiert, was der jetzt kann? Welcher Hammer denn? Naja, dieser komische Hammer, der aussieht wie so ein Geschütz. Ach so. Nee. Tatsächlich noch gar nicht. Müssen wir auch nochmal gucken. Der Robotikhammer. Nahkampfschaden, Blockschaden, Angriff pro Minute und maximale Gesundheit. Was der kann, weiß ich jetzt auch nicht. Oh Mann, Nahkampfschaden. Ach so. Nahkampfschaden ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Nee, ich glaube eher, dass der, wenn er wirklich so ein Hammer ist, der vor Ort rumschlägt. Ja, so als, ich schubse dich weg. Ja, sowas würde ich jetzt auch schützen. So. So, jetzt, wenn du jetzt hier wieder nachts in der Base rumschleichen willst, um die Base drum rumschleichen willst, ne, ist, äh. Nicht mehr. Ist nicht mehr. So einfach. Ich würde sagen, da kommt ein Zombie, aber was bist du? Entschuldigung. Ich bin mir unsicher, ob ich hier vorne oder hier liegen möchte. Da laufe ich da wieder ein paar Mal selber rein. Hier wollen wir mal raus und reingehen, weißt du? Das kannst du nachher vielleicht zum Schluss machen, ne? Ja. Willst du euch da noch keine hinlegen? Und da, wenn sie da kommen, oh, da kommen welche. Oh, da kommt eine ganze Truppe, kommt da runter. Vom Berg. Aber was für ein Trupp, du. Die laufen nämlich in die Minen. Ah, hinten. Ja, hinten. Das hört sich schon mal ganz gut an. Oh, jetzt haben wir die Nudis. Nudis. Schreit hier. Schrei halt sie da, aber Schrei halt sie nicht. Oh ja, ich bin sehr zufrieden. Ja. Dann kommt noch einer. Hey. Schon wieder eine Mine ausgelöst? Ja, rechts musst du ausgelöst haben. Wir sind einige am Start. Was ist denn ja los? Das ist doch wieder zu früh. Hätte ich mal die Mine nur noch nicht so früh gesetzt. Alter. Brenne. Ist ja richtig hübsch, wenn der in Flammen aufgeht. Naja, so ein Anzug, ne? Der ist, äh... So nachts sieht das gut aus. Hört sich bemüht. Hier vorne ist noch eine reingelaufen. Wo wir immer runterkommen. Hier die Spikes. Oh. Wo haben die hier die Minen ausgelöst? Ich sehe hier gar nichts. Hier direkt, wo die Leichen liegen. Also eine haben sie ausgelöst. Zwei. Hier vorne. Wo hier die Baumwollpflanze ist. Ach da. Hier sitzt die Ecke ein bisschen ohne Mine. Ja. Also ich gewerfe, finde ich gar nicht schlecht, du. Das hat sich ganz nice angehört. Das ist relativ präzise. Ich glaube, ich baue mir die Vierer Vergrößerungsmatt noch dazu. Will ich mir gleich mal her. Natürlich aber auch nicht schon wieder was runtergegangen. Vom Schaden her, ne? Also, was heißt vom Schaden? Von der Haltbarkeit? Ach so. Was machst du denn hier? Ja, ja? Ja. Ich sage, wir können was rumfliegen sehen. Das gibt es aber nicht. Also ich hätte jetzt fast gesagt, was müssen wir denn noch vorbereiten? Vielleicht können wir sogar noch eine kleine Lootrunde machen. Ich bräuchte eigentlich nur noch mal Nitrat und Kohle. Also hauptsächlich Kohle. Wenn wir nur noch 1.000 Schießpulver haben. Das ist Munition, das läuft. Das müssen wir nochmal machen. Wir müssen da rechtzeitig für zurück sein, weil ein paar Minuten dauert es. Aber so eine kleine Lootrunde mit abschließender Kohlehole. Kohlehole. Sehr gut. Ja, eine Kohlehole machen wir jetzt. Ansonsten geht es. Ich will mir nur schnell das Visier noch bauen. Ansonsten geht es. Also die Mauern musst du doch reparieren, ne? Aber das können wir ja auch noch eine halbe Stunde Feuer machen. Ja, das stimmt eigentlich. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Darum schon habe ich. Ich würde wenigstens mal testen, ob es funktioniert. Wie es funktioniert. Wo ist meine Axt? Ich habe mich die jetzt schon in die Kiste gepackt. Brauche ich denn Kleber, Stahl und zerbrochenes Glas. Klebeband habe ich Kleber? Mal, glaube ich. Ich brauche dann auch siebenmal Kleber. Was dreimal Kleber brauche ich? Kein Kleber mehr? Ähm. Ich glaube 50 Stück habe ich durchgehuset. Oh, wir haben noch Kleber fehlt mir dreimal. Ja, ich mache mal schnell drei in der Hosentasche. Ähm. Hä? Ich kann nur eine Modifikation aufs taktische Sturmgewehr draufsetzen. Ja, je mehr du Plätze hast, desto mehr kannst du draufkneten. Also je höher dann auch die Waffe ist. Ja, ja, dann kannst du mehr drauf machen. Hätte gerne das Laservisier drunter geklatscht noch, aber... ...Visier wäre mir, glaube ich, in diesem Fall lieber. Weil wir doch ein bisschen mehr auf Entfernung gehen. Ich meine... ...Magst du lieber ohne Visier, aber... ...können auch wenigstens ein bisschen 7,62er Munition herstellen. Ach, scheiße. Ja. Knochenbräuchte auch. Ich wundere mich, warum geht denn das nicht? Knochenbräuchte auch... ...Lagerfeuer müssten dann gleich drei sein. Ja gut, das ist auch Fleisch nochmal, 6 fertig. 25 Sekunden, das ist ja fast hält. Ich wollte was machen. Wollen wir erstmal schnell wohin, wo du noch mal um die Ecke? Weil der Händler macht ja eh erst nur 6 auf, also dann kann ich ja eh erst später hin. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell. Und meine Kohle gibt es hinten, wo wir alles markiert haben, weißt du? Was denn da geht? Da hinten habe ich zwei Hügel Kohle gesehen. Man muss hier auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Ich will nur mal eben ausprobieren, ob ich die Mauer-Preile machen kann. Ja. Ach du Schatz, das ist heute ewig. Oh, eine Nagelpistole. Ehrlich, brauchst du den, okay. Also es geht, aber es dauert 100 Jahre. Pick, pick, pick. Der pickt mit seiner komischen Steinachse da. Ich habe leider noch keinen Bauplan für die Nagelpistole. Wir haben sie ja dagegen geprügelt. Ey, das ist ja fast kaputt. Oder wir setzen einfach nochmal Steine davor, wenn das einfacher ist. Und dann eine doppelte Reihe. Na gut, dann muss ich nochmal ein Stündchen Zweifel investieren. Aber jetzt könnten wir erstmal schnell los. Ja, können wir auch mal machen. Können wir machen. Meinetwegen können wir erstmal schnell los noch. Kann man das Fahrrad nehmen, oder? Ne, das ist auch wohl. Ja, können wir auch das Fahrrad nehmen. Aber hier springe ich nicht runter, wenn da unten die ganzen Minen liegen. Ja, ich würde jetzt den offiziellen Weg lieber nehmen. Wow. Ich mache wieder einen Wheelie, ey. So, wo wollen wir hin? Wir wollen das Dörfchen nochmal gucken. Das geht, glaube ich, tatsächlich. Ja, CMW-Drucksen. Musst dann wieder gedrückt halten. Weil Kohle ist ja raus, wo unser Elektronikmarkt war. Weißt du, da hinten ist die Kohle. Ja, dann lass mal da hinrauschen. Vielleicht finden wir da bestimmt noch irgendein Haus, wo wir nicht drin waren. Ah, hier im Dorf finden wir bestimmt noch was hier. Ja. Und dann müssen wir auch mal eine ein bisschen größere Tour nochmal, ne? Ja, und gleich nach dem Blutmond, ne? Ja. Wir waren ja schon überall drin, ne? Wir wussten das, was war ich mit dem Haus hier gleich auf der rechten Seite, waren wir da schon drin. Ah, die beiden hier vorne, haben wir mal rechts und links. Genau. Und die Baustelle haben wir und ich glaube... Da hinter das Haus, aber was ist denn mit dem rechts hier? Mit dem schönen Aufgang, waren wir nicht schon drinnen, ne? So, eher nicht. Doch hier mal rein gleich. Das kann ich auch noch mal durch Schrotmoni, habe ich dabei. Und Bauplan Baseballschläger. Oh nice. Zwei Baupläne für Baseballschläger. Könnte unsere Keule ersetzen, ne? Oh, jetzt sind alle aufgewacht hier. Ja, hört sich so an. Oh, ist nicht so gut erwischt. Oh, eine Kartoffel. Ja. Kann ich einmal mehr, kann ich einmal Samen machen? Zwei haben wir. Eine, die ihr jetzt gefunden hast und zwei zum Ernten. Oh. Trappelt aber irgendwer. Dann wär ja, tappst du dir rum, ja, ja. Ach. Nebenan, du hast es gefunden. Ja, ich hab's, ich hab's. So, ein bisschen in den Schränke wühlen. Aber so viel Antibiotika, obwohl wir haben nicht so viel Geier, ne? Ich würde sagen, so viel Antibiotika haben wir diesmal noch gar nicht gebraucht. Na Gott sei Dank, okay. Scheiß Geier. Ja. Der Aufenthalt in der Wüste wird auch noch, komm. Ein bisschen jedenfalls. Ja. Hier geht's auch noch im Kreis, okay. Ich geh in die Küche. Oh. Oh. Der Rekker Zombie, lass mal sowas. Ich hab mir so'n Kriecher hier hingeschickt. Der hat sich dich freiwillig ausgesucht. Hätten ja auch alle bei mir bleiben können. Das ist doch was. Koffer hinter. Ah, 672er. Dann aus. Gut, dass ich in die gleichen Mütter nochmal reingucken, wo du reinguckt hast. Sicher, sicher. So, ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet. Ich hab was Schönes gefunden hier in der Werkbank. Was Schönes ist doch immer was Schönes. Eine Luftfiltermine. Also eine ist gut, vier. Oh ja, okay. Das ist ja schon mal. Das Zement hast du Schaufel dabei. Ich hab' eine Schaufel, ich hab' ich mal. Auch mal dabei. Doch mal hier. Du schreibst ja schon, ich schraubt die Bergbank. Schon wieder Hunger. So ist aber ich hab' ein bisschen Fleisch mitgenommen da sitzt. Naja, vielleicht wird der gleich nochmal was. So eine Kiste. Ich hätte jetzt auch nochmal rosa Farbe für dich. Unbedingt. Das dachte ich mir. Würde ich sagen, ich guck mal, was oben so los ist, oder? Ja. Ich würde sagen. Gehst du da nach oben? Treppe im Flur gleich. Wo war? Ach, tatsächlich. Hallo. Hast du die beiden denn noch aufgetrieben, oder bist du schon oben? Ich bin schon oben. Oh. Oh. Yeah. Oh, ich... Das ist ja... Ich meine 6er Donnerbüchse brauchen wir jetzt auch nicht mehr, glaube ich. Jetzt hier schöne Sachen gibt. Oh. Ein Messingknauf. Höchster Goldwert. Sehr gut. Bauplan Schützengewehr. Das kannst du wirklich lernen, aber das habe ich auch schon gelernt. Weil wenn du das gelernt hast, und dann nur bessere Jagdgewehre vielleicht irgendwann herstellen kannst... Dann... Oder ein Botter. Oh nein. Das sind Geiers. Einer habe ich schon abgeschossen. Nehmen wir das Sportgerät hier, willst du nicht? Das baue ich ab. Ich möchte mit Sportgeräten so wenig wie möglich zu tun haben. Das war gar nicht der Helden. Das baue ich ab. Mach doch mal was gegen diese Nervensäge da draußen. Ja, der will... Er ist... Ah, jetzt. Oh nein. Er vernichtet mich. Okay. Doch nicht. Bist du denn eigentlich schon wieder? Ich bin jetzt hier im Schlafzimmer gerade von... Ich bin da übers Dach gekrabbelt, aber da war jetzt nichts speziell Gutes. Ah, da... Da bist du ja. Hier geht es auch noch... Hier geht es auch noch oben. Ja, oben war noch so einiges los. Hier ist alles durch. Hier habe ich alles durch, weil du warst da hinten ja. Oh. Hallo. Wer bist denn du? Er ist erst mal runtergesprungen, ja. Achso. Aua. Der traut sich ja was. Sich einfach zu verprügeln. Was hast du dir? Hallo? Oh, oh. Oh. Bei Pilzsporen Samen gefunden. Oh, nice. Moin. Ist mir die Hilfe. Ein Hund. Hund. Hund tot. Oh, gut. Guter Hund. Ich komme nicht mehr zu dir hin. Ich glaube, der Boden kracht sonst ein. Wo ist denn hier der fette Blut? Oh, oh. Alter, hier ist der Toffel los. Da bin ich schnell rübergesprungen über alles. Ich habe es gemerkt, du warst recht, sag ich da. Ist ja Verlass drauf. Was ist hier? Ach, da oben. Da oben ist ordentlich was. Ich gebe mir die Wappentasche. Ich wollte mich gerade beschweren. Und nochmal sechs Maschinengewehrteile. Sehr schön. Und nochmal eine AK-Stufe 1 für dich, wenn du möchtest. Oh ja. Ein bisschen Munition, Rohrbombe, einen Eisenvorschlaghammer. Wenn du fast voll jetzt alles mitnehme. Vollautomatik-Mod. Guck mal hier in die gute Kiste nochmal rein. Eisenbrecher-Mod. Was können die nochmal? Ach so, mehr Schaden gegen Eisen. Okay. Oh, das ist gut. Das würde ich nehmen für meine Spitzhacke. Ja. Würde ich dir überlassen, die Mop dann. Oder habe ich da schon was drauf? Ne, da habe ich sogar drei Slots, die ich draufziehen kann. Sehr nice. Das ist ja ganz ordentlich. Oh, oh. Oh, das würde ich freuen. Als alten Gärtner. Schon wieder zwei Kartoffeln. Oh, nice. Jetzt geht es ja langsam. Hat sich ja nochmal gelohnt hier, die Bude. Hat sich echt nochmal gelohnt. Können wir vielleicht zweimal Samen fast herstellen, oder? Können wir dreimal anpflanzen. Das ist doch gut. Dann können wir fast viermal anpflanzen. Ja. Fürs Erste würde ich ja mal erstmal sagen, dann machen wir noch eine Runde Feierabend. Warst du auf dem Dach gewesen, wo die Geier waren? Ja. Da bin ich rumspaziert, aber so richtig was gefunden habe ich da nicht. Der Rucksack lag da noch aus dem Gehlud. Ja. Habe ich. Würde ich sagen, wir machen uns zu Hause. Ich hole jetzt gleich die Kohle. Achso, ja genau. Ich darf auf meinem Wege hier. Vielleicht klopfen wir da auch noch ein bisschen was ab. Kannst du hier nochmal den Türknopf mitnehmen? Auch, wird gesagt. Schon weg essen. Da muss ich erstmal was essen. Genau, erstmal was. Kann ich nicht, weil das zu viel da ist. Ja, ich habe jetzt irgendwie nur sechs Sandwiches, sechsmal Dinge. Kannst du hier nicht irgendwas vom Dach werfen? Wo bist du denn? Ach, hier komme ich, zerlege die Hose. Alles gut. Oder so. Geht ja auch. Ja. Ich würde fast meinen, nächste Folge könnten wir schon in Blutmode kommen. Bin ich ganz sicher. Aber. So, mit dem Fahrrad hier, ne? Du kannst doch was reinpacken. Wer hätte denn die grandiose Idee? Die paar Meter wirst du immer mit dem Fahrrad fahren können. Hast du nicht gerade gesagt, alle Sportgeräte sollen so wirklich weit weg von dir, was nur möglich ist? Ja, das ist richtig. Dazu zählt auch ein Fahrrad. Ja, aber das erste Mal, dass wir fahren konnten war das. Oh, was mir gerade aufgefallen ist? Ne. Aufgrund deines kleinen Ausgangs, Absturzes, hatten wir uns nicht wieder zur verbündeten Gruppe eingeladen. Scheiße. Deswegen gab es auch wahrscheinlich erhöhte XCP-Punkte in der ganzen Zeit. Ja. Hab ich dran gedacht. Naja, gut, was soll's. Du wolltest auch noch zum Händler, ne? Zum Händler muss ich auch noch dann, ja, ja. Stocken wir das Programm noch. Das stimmt. Ja, und mal gucken. Machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal in 7 Days to Die. Lass keinen Daumen da oder einen Kommentar. Und dann macht es gut. Tschüssken. Ciao.